hallo lieben mauser fans herzlich willkommen zurück im mauser showroom nachdem wir jetzt die letzten tage einiges über die mauser 12 trail über zwei verschiedene kaliber 8,5 x 55 7 x 57 mauser gehört haben heute der schwerpunkt auf unserem neuen zubehör dass ihr auch in unserem nagelneuen webshop www.mauser.com findet und ja fangen wir mal mit der mauser cap in place orange für die bewegungsjagd an nachdem wir schon drei andere caps auf den markt gebracht haben die sich großer beliebtheit erfreuen wie diese beiden canvas caps in grün und in sandfarben und der mesh cap in grün jetzt natürlich in blaze orange auch aus dem robusten canvas material und mit der weiten verstellung und der obligatorischen bruchschlaufe wenn man hoffentlich weit man teil hatte und hier im innenteil in einem qr-code mit dem ihr immer auf unsere neue website kommt wo auch der webshop ist wo es die sachen und weiteres zubehör zu kaufen gibt weiterhin haben wir uns ja gedanken gemacht der jäger der viel draußen pirscht braucht bequeme kleidung und ja was liegt da näher warme socken mauser wollsocken wirklich bequem gefertigt nach bundeswehrstandards keine naht unten an den füßen die in den schuhen drückt wenn es mal wieder länger wird im revier hält absolut warm sind kniehoch und absolut bequem so bequem wie der slogan sagt dass man sie sogar im bett anlässt und ja in zwei größen spannen einmal 40 bis 44 und 45 bis 48 auch auf unserem neuen webshop mauser.com erhältlich als nächstes haben wir unseren schießsack viele kunden haben uns immer gefragt ja wo bekommt man so einen schönen mauser sandsack her als zu dekozwecken und so weiter wir haben es einfach besser gemacht haben gesagt naja mit was kann der jäger was anfangen wir haben einen artikel gemacht hier diesen kleinen leichten 70 gramm leichten schießsack von mauser in der form des sandsackes absolut handlich wiegt nur 70 gramm gefüllt mit lautlosem kunststoff granulat das auch wirklich ja sehr schnell trocknet wenn es mal nass wird und somit auch nicht schwer wird wunderbar um auf dem ansitz anzulegen ich kann das hier mit der hand variieren und habe eine ruhige auflage und vor der schaft schutz und ja und das ganze wirklich im schönen mauser sandsack design mit einer absolut schönen verpackung dazu ein geschenk oder eine geschenk idee für jäger jäger haben ja bekanntlichermaßen alles mögliche und bevor es die 150 taschenlampe ist vielleicht wirklich diesen schießsack den kann jeder gebrauchen passt in jede manteltasche jeden rucksack und ja macht vielen leuten freude damit weitere neuheit bei uns im webshop der mauser schalldämpfer schutz ich habe ihn hier mal angebracht an der mauser 12 big max auf unserem a-tech schalldämpfer dafür prädestiniert und zwar ich verhindere damit eigentlich die geräusche die entstehen wenn ich mit dem schalldämpfer beim besteigen des hochsitzes mal irgendwo anschlagen sollte schütze somit auch meinen schalldämpfer und wenn ich auch im schießstand bin mal bei längeren serien dieses inlay in diesem neopren schalldämpferschutz verhinderten flimmern im zielfernrohr und ja sieht über dies auch noch ziemlich schick aus und im mauser style gehalten in diesem grün wie unsere anderen zubehör sachen wie die cap und zum beispiel der sandsack oder der schießsack der schalldämpferschutz hat noch eine weitere funktion und zwar dadurch dass er über diese knöpfe und diese gummi expander festgezurrt wird kann ich den auch sehr gut als vorder schaftschutz für ein schönes holzgewehr nehmen wie zum beispiel hier bei diesem 98er in der 5er holzklasse ich schneide mir den einfach hier drum passt sogar wenn zielfernrohr drauf ist und habe beim auflegen auf der hochsitzbrüstung schütze ich meinen schaft so für unliebsamen kratzern und ja auch im mauser stil sieht einfach cool aus weitere neuheit bei mauser sind zwei magazine und zwar zwei fünf schuss magazine mit verschiedenen böden einmal hier dieses magazin fünf schuss einsteck magazin mit einem stadt mit einer stahlplatte und dem eingravierten mauser logo oder auch mit einem holzboden passend für zum beispiel hier die expert oder die pure oder auch die mauser big max oder mauser max so nächste neuheit bei uns auf dem webshop unser mauser universal rucksack mauser universal rucksack ja ein bisschen in dem taktischen design gehalten absolut brauchbar für den gesamten alltag ob ich ins büro gehe ob ich wandern gehe oder auch zur pierre geräumig wir haben knapp 35 liter volumen in diesem rucksack ganz viele taschen wir haben hier vorne ein flausch um zum beispiel patches wie unser mauser patch auch erhältlich im webshop drauf zu machen haben zahlreiche taschen wir haben hier hinten gut gepolstertes rückenteil längen verstellbare tragegurte einen hüftgurt und ja drei hauptfächer oder zwei hauptfächer zwei große ich zeige die mal so hier innen drin deswegen sagte ich eben drei hier innen ist noch mal ein kleines netzteil in das ich noch irgendwelchen kleinkram reinpacken kann hier haben wir auch noch eine kleine innen tasche am rücken die auch wasserdicht ist wo ich zum beispiel auch sachen reinpacken kann die auslauf geschützt sein müssen oder was auch immer hier vorne eine tasche mit einem kleinen netzteil für kugelschreiber oder irgendwelches kleinzeug und hier noch mal ein großes fach und natürlich hier noch ein paar molle schlaufen außen angebracht um pouches oder was auch immer noch anzubringen und zwei aufgesetzte kleinere taschen hier oben und hier unten und da ist noch was drin ja spoiler alarm das wollte ich euch noch nicht zeigen aber schaut einfach auf unseren webshop www.mauser.com da werdet ihr das in kürze finden hier nur ein kleiner ausblick ich zeige es noch mal kurz messer und säge weitere infos gibt es da oder auf unseren social media kanälen ja ansonsten bleibt mir nur mich zu bedanken bei euch und hoffentlich sehen wir uns bald wieder und ja ich wünsche euch alles gute bleibt gesund weit man's heil bis demnächst tschüss